Es lohnt sich auf jeden Fall, das in einem gewissen Rhythmus zu machen. Es passiert jedes Mal wie eine Vertiefung und generell empfehle ich eigentlich ganz gerne zu sagen, okay einmal im Monat, wenn es mehr auf der körperlichen Ebene ist, kann man es sogar, also wenn es ganz akut was ist, kann man es sogar einmal in der Woche machen für einen Zeitraum. Aber da es halt während der Menstruation nicht passieren sollte, das Steaming ist eher abgeraten von, wären es dann ungefähr dreimal im Monat vielleicht. Und das lohnt sich dann schon mal drei Monate lang zu machen. Und wenn es aber eher ein emotionales Thema ist, dann empfehle ich auch das über ein halbes Jahr mal zu machen, einfach als Begleitung und zu schauen, was passiert denn da auch mit meinem Rhythmus und wie nehme ich meine Schmerzen wahr und was wandelt sich da.